Seid gegrüßt meine lieben tapferen Freunde, heute ist es wieder soweit. Heute gibt es wieder einen Livestream auf Twitch mit mir. Und wenn du jetzt dieses Video siehst, dann bist du fast schon zu spät. Es ist nämlich um 20 Uhr startet der Livestream auf www.twitch.tv-opaceron. Pack ich aber nochmal unten in die Videobeschreibung und stand wahrscheinlich auch eben noch am Bild. Was du hier gerade siehst, das ist das, was ich gestern Abend gemacht habe. Das habe ich einfach mal aufgezeichnet, das war jetzt eine Stunde, runtergeschnitten hier auf jetzt glaube ich drei Minuten. Ja, geht ganz schön schnell alles. Wenn ich mal in Wirklichkeit so schnell wäre, hätten wir den 3M-Line-Palast sehr viel schneller fertig. Also das ist hier nur ein ganz kurzes Ankündigungsvideo, ich mache das ganz ganz kurz. Dieses Schnellvideo in der Gesamtlänge werde ich vielleicht auch irgendwann nochmal reinschneiden oder so mit toller Musik. Also ich würde mich freuen, wenn du nachher dabei bist. Also jetzt sozusagen um 20 Uhr startet der Livestream auf der altbekannten Adresse. Wie auch nochmal unten in der Videobeschreibung ist. Also komm rüber und dann geht es, ja so 2-3 Stunden wollen wir das Ganze machen. Es wird Minecraft gespielt und wahrscheinlich machen wir noch ein Community-Play von diesem Spiel. Habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben. Das heißt Aga, Aga, Io. Das ist so ein lustiges Spiel, können wir dann zusammenspielen. Und vielleicht gibt es dann ab 22 Uhr, wenn wir dann noch Bock haben, auch noch The Forest mit dem Powerplayer und dem Tomcat. Und letztlich andere Leute haben sich auch schon angekündigt. Ja, ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch weiter im normalen Leben, wo wir ihn nicht kennen. Also bis gleich.